So, morgens 10 Uhr in Deutschland und immer noch Nikotin. Frau ist auch dabei, also schöne Grüße von der Müller-Bande. So ist es, guten Morgen. Kleiner war mein und wir werden das zusammen machen, uns bleiben noch 18 Stunden. Ihr könnt das gerne verfolgen, wenn ihr möchtet, weil ich stehe dann unter Vollzugszwang, habe ich euch ja gesagt und dann denke ich mal, wenn ich diesen Druck habe und dann haben sich welche darüber aufgeregt, da stehe wie eine Schwuchtel, haben sie gesagt, was hat das mit Sexualität zu tun, Diskriminierung von Homosexuellen, ist mir alles völlig egal. Was wer mit wem im Schlafzimmer macht, interessiert mich doch ein Scheißdreck. Es geht doch nur einfach darum, das ist Strafniedergung. Wer das nicht versteht, so wird heute gesprochen, tut mir dann auch leid. Aber regt euch nicht auf, weil mir ist das völlig egal, wer hat was mit wem, wer macht was mit wem, Hauptsache ihr tut den anderen nicht weh. Die sind einverstanden mit dem, was sie tun und dann ist das okay. Ich erzähle euch ja auch nicht, was ich mit meiner Frau so treibe im Schlafzimmer. Gut, wir sind älter, wir schlafen meistens. Also, schönen Sonntag und so schickt mir noch ein paar Dinger, waren geile Sachen bei, da habe ich mich drüber gefreut. Ciao.